Moin Moin Leute, ich bin KDM Kim und ich zeige euch heute einen kurzen Crashkurs zu Kingdom Death Monster, damit ihr dem Spiel folgen könnt, wenn ich es in meinen Livestream spiele oder wenn jemand anders von Kingdom Death Monster redet oder ihr euch mal grob in die Thematik einarbeiten wollt. Fangen wir direkt an. Ich benutze auf meinem Rechner gerade die KDM Story App. Damit werde ich euch einige Sachen schön übersichtlich zeigen können und wir fangen als erstes mit der First Story an. Dort geht es einmal darum, wie die Survivor geboren werden, aber ich möchte euch eigentlich grob einmal den Showdown zeigen, bevor wir dann zu den anderen Phasen kommen. Es gibt drei Stück. Der Showdown ist die erste Phase und auch mit die, mit der man das Spiel lernt und ins Spiel einsteigt. Was müsst ihr dazu wissen? Das Monster, gegen das wir kämpfen, ist immer einzigartig. Das wird aus Karten zusammengebaut, die wir nicht kennen. Die werden zufällig aus B, A und L Karten zusammengemischt und wir wissen auch nie, welche Locations wir treffen, wenn wir das Monster angreifen. Aber dazu jetzt nochmal ein bisschen mehr im Detail. Hier links sehen wir, das Monster wird jetzt aus diesen B-Karten und diesen A-Karten zusammengebaut und bildet dann den Intelligenzstapel. Und zwar sind das auch gleichzeitig die Lebenspunkte des Monsters. Das heißt, je mehr wir treffen, umso weniger verschiedene Aktionen macht das Monster, umso berechenbarer wird es und in den meisten Fällen fühlt es sich dadurch verwundet an. Und das ist ein ganz cooler Nebeneffekt. Diese Karten sind so aufgebaut, dass ich euch mal eben kurz eine zeige. Das Monster sucht sich ein Ziel aus, immer als erstes. Pick Target. Da steht dann drauf, nach welchen Gesichtspunkten wird das Ziel ausgewählt. Dann kommt einmal die Bewegung und der Angriff. Dort wird gezeigt, mit wie vielen Würfeln das Monster angreift, ab wann es trifft und wie viel Schaden es macht. Und dann kommen noch meistens ein paar Zusatzeffekte dazu. Dann ist auch schon der Monsterzug abgehandelt meistens. Außer es kommen noch Sonderfähigkeiten hinzu. Dazu dann aber in den Livestreams mehr. Wenn dann die Survivor dran sind, dann sieht es so aus. Der Löwe steht jetzt zum Beispiel hier, hat gerade den Typen angegriffen und die anderen können sich jetzt einmal bewegen oder auch eine normale Aktion machen. Bewegung ist mit so einem kleinen Springer-Symbol vom Schach gekennzeichnet. Survivor dürfen sich fünf Felder bewegen. Man darf sich nicht schräg bewegen, sondern man muss sich orthogonal bewegen. Das ist die einzige Voraussetzung bei Kingdom Death Monster. Und man hat dann halt noch seine To-Aktion. Am Anfang wird man damit nur angreifen. Später kann man damit noch Gegenstände benutzen, wie zum Beispiel diese Laterne. Die hat hier so eine To-Aktion drauf und dort tritt dann auch wieder ein bestimmter Effekt ein. Nachdem alle Survivor dran waren, ist das Monster wieder und das geht im Wechsel hin und her. Wenn jetzt ein Held beziehungsweise ein Survivor trifft, dazu kurz was zum Attack Profil. Schauen wir uns das an. Ein Survivor wirft, wenn er mit dem Bogen angreift, mit zwei Würfeln. Dafür muss er dann zwei Würfel werfen. Dann, wenn er eine Sieben gerollt hat, auf den zehnseitigen Würfel, dann trifft er, dann wird eine Hitlocation gezogen und dann hat er noch einen Verwundungswurf. Dort wird dann die Rüstung des Monsters, also die Toughness, die wäre jetzt bei einem Level 1 Löwen, Toughness 8. Ja, wer die dann erreicht, wenn wir eine 5 würfeln, weil 5 plus 3 sind 8. Wenn wir eine Wunde machen, dann wird dann hier eine AI-Karte als Wunde hingelegt und man guckt dann halt, ja, ob man noch weitere Treffer hat und geht die nach und nach durch. Die Hitzonen sehen so aus. Wir lesen einmal vor, wo wir das Monster getroffen haben. Dort kann es Reactions geben, je nachdem, wie das Monster reagiert und es gibt manchmal kritische Effekte. Die haben wir dann bei einer 10. Die Würfel sind 10-seitig und die 10 ist als Laterne dargestellt. Eine 10 ist eigentlich immer ein Erfolg in Kingdom Death Monster und eine 1 immer ein Misserfolg. Das kann man sich ganz gut merken. Wenn das Monster uns trifft, sieht das bei uns ein bisschen anders aus. Wir haben verschiedene Schadenswerte. Wir haben 5 Zonen. Da hat unten Kopf, Brust, Unterleib, Arm und Beine. Die können schwer verletzt werden, die können auch dauerhaft beeinträchtigt werden und das Monster würfelt einen 6-seitigen Würfel, wo es uns dann trifft, wenn es angreift. So viel dazu. Es gibt da noch eine Besonderheit und zwar die Falle. Wenn wir eine Falle aufdecken, davon gibt es immer eine im Hitlocation Deck, dann wird das Deck neu gemischt und wir handeln die Falle ab und alle Hits werden sofort gecancelt. Das ist immer sehr ärgerlich, wenn das passiert. Wenn das Monster dann endlich tot ist, dann kriegen zum einen unsere Survivor ein Level Up bzw. Hand XP und wenn sie genug Hand XP haben, können sie Level Up und sie kriegen Loot. Das sind dann einmal die verschiedenen Sachen des Monsters, zum Beispiel die Zähne oder sein Fell oder die Organe. Und damit machen wir dann noch Forschung oder bauen uns neue Ausrüstungen in der Siedlungsphase. Survivor, die Hand XP bekommen, können zum einen dann später auch Fighting Arts kriegen. Die zeige ich euch mal eben kurz. Hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Fighting Art, dass er mit zwei einhändigen Waffen die Paired benutzen kann. Das heißt, die Würfel für Speed addieren sich. Und da kann er verschiedene Sachen lernen, der Survivor, der gerade ein Level Up hatte. Aber es können sich auch Basiswerte wie die Stärke erhöhen, die Zahl, mit der man angreift oder die Zahl, auf der man kritten kann. Mit zehn ist ja ein Krit, das kann man aber auch reduzieren, dass man schon auf eine neun krittet oder auf eine acht oder eine sieben. Und zusätzlich zu den Fighting Arts kriegen wir halt auch Waffenspezialisierungen. Das heißt, die Leute können Meister mit ihrer Waffe werden. Hier habe ich jetzt zum Beispiel die Axt als Beispiel. Das heißt, wenn derjenige mit einer Axt angreift, kriegt er nochmal einen Zusatzeffekt. Und das lässt sich auch noch meistern. Dazu nicht genug. Er kann auch noch mutig werden oder eine Erleuchtung bekommen. Dort gibt es auch noch kleine Boni. Und zu guter Letzt sind da das, was am meisten Spaß macht, einmal die Ausrüstung zu farmen und Sets zu vervollständigen. Wir haben neun Slots für Ausrüstung, die wir uns zusammenpuzzeln können. Da können wir dann halt Waffen, Gegenstände und Rüstung mitnehmen. Und wenn wir eine Rüstung vollständig haben, kriegen wir nochmal die Karte und haben dann nochmal einen extra Bonus. Super umfangreich. Macht super viel Spaß. Müsst ihr alles am Anfang noch nicht verstehen. Ich erkläre das gerne beim Stream. Das ist aber eine der Sachen, die total viel Spaß macht. Kommen wir dann zur Siedlungsphase. Und zwar in der Siedlungsphase benutzen wir dann unsere Forschungs-, unsere Endeavor, die wir bekommen, wenn wir erfolgreich gejagt haben. Damit können wir dann innovaten, das heißt Sachen erforschen. Hier sieht man jetzt mal ein Beispiel, da habe ich schon ganz viel erforscht. Es gibt Sachen, die sind abhängig voneinander, die bilden sozusagen einen Pfad. Man muss zum Beispiel erst die Drums erforschen, dann kriegt man den Song of the Brave und dann kriegt man Saga, der eine Konsequenz von Song of the Brave sind. Und auch hier kriegen wir dann wieder alle möglichen Boni. Mit den Endeavor können wir dann nicht nur forschen, so wie es hier angegeben ist, sondern auch andere Aktionen in der Stadt benutzen. Und was richtig schön ist, wir bauen uns nach und nach eine Siedlung mit verschiedenen Locations auf. Hier haben wir zum Beispiel einen Schmied, der ist schon fortgeschrittener. Und da sieht man einmal, dass er hier Waffen aus Eisen craften kann, dass er hier die Lantern-Armor bauen kann. Hier sieht man, was das alles kostet. Und so wächst unsere Stadt immer weiter mit verschiedenen Sachen. Hier haben wir jemanden, der Organe verwertet und uns Gegenstände gibt. Hier haben wir jemanden, der uns Potions herstellt. Hier haben wir jemanden, der Löwen zerlegen kann und wo wir dann das Löwenset bauen können. Und wenn wir dann fertig sind mit allem Drum und Dran, dann geht es quasi wieder von vorne los. Wir suchen uns ein Monster aus. Nehmen wir jetzt mal einen Phönix Level 3. Dann wird das Handboard aufgeklappt. Und dann ist hier hinten der Phönix. Hier vorne sind unsere Survivor. Und dann laufen die den ganzen Weg bis dahin. Jedes Feld ist ein anderes Event. Und wenn sie angekommen sind, startet wieder der Showdown. Wir bauen die Decks zusammen. Und dann wiederholt sich der ganze Zyklus, bis wir beim Endgegner angekommen sind. Das war der grobe Crashkurs zu Kingdom Death Monster. Es gibt noch ganz viel, was nicht in das Video reingepasst hat. Ich wollte aber euch nur einen kurzen und schnellen Überblick geben. Seid dabei, wenn ich die Streams mache. Fragt gerne nach. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer KDM Kim. Und abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Ciao. KDM Kim.